blizzard wird was zur hölle dass das erste mal dass ich diese map hier sehe und auch spiele natürlich ist ja in amerika wo auch sonst wir werden aber mail spielen diesmal und ich kann die gar nicht das wird lustig werden cryo stase so macht dich unverwundern halt dich genau das ist weil da habe ich mal probleme kurze reichweite schießt eiszapfen ok gut kein heiler ok krass ok das sind dann eiszapfen gut ja mehr habe ich noch nie gespielt wird bestimmt lustig werden und die map kenne ich halt noch nicht und dieses video ist mit 30 fps no so es sind 30 fps damit das schneller hochlädt also nicht wundern ihr habt keine 60 fps jetzt in diesem video aber die nächsten videos wird das so sein ein problem was ich hier mit der map habe ist ich bin kein fan von blizzard also wenn die was machen dann ist mir das eigentlich latten diablo mag ich aber sowas wie warcraft und so also warcraft finde ich noch ganz cool wegen strategie aber so world of warcraft interessiert mich so null mag ich gar nicht ich wurde weggesnipert das war video maker ach lol ok wusste ich nicht ja ich weiß ich spiele lieber hier in der in der blizzard world rum als mein team zu helfen ich glaube ich sollte mal lieber doch dann helfen macht denke ich mehr sinn ich glaube ich muss mal ein eisen so viel klettern oh sorry Nein, ich wollte doch grad... Ich hab doch grad die scheiß L1-Taste gedrückt. Mann, fuck it. Fuck das Shit. Ja, ich muss auch zurück in den Kampf. Komm, das macht ihr. Ihr seid geil. Vielleicht. Hoffentlich. Scheiße. Ich hab schon wieder L1 gedrückt. Mann. May ist scheiße. Ich mag die nicht. May ist bestimmt nicht scheiße, klar. Aber ich kann die einfach nicht. Die ist so gar nicht meins. Ich bin der Meinung, mit ihr kann man richtig geil was machen, ja? Also jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern so, ne? Aber ich glaube... Ja. Dass ich das nicht schaffe. Jawoll, nice. Was macht der Dreieck eigentlich? Was macht Dreieck? Oh, das war ein Kill. Das war auch wieder mal ein Kill. Nice. Ich hab schon wieder L1 gedrückt. Mann, ich drück das immer so knapp, ey. Was ist denn los mit mir? Diese L1-Taste macht mich einfach fertig. Die macht mich wirklich fertig. Ich bin gleich wieder bei euch. Hehehe, ja. Schön, May. Mach das. Freu dich. Freu dich nass ab. Was mach ich denn, ey? Holi! Einfrieren! Oh, Gott sei Dank. Geil. Komm! Ah, wieder heilen hier. Ah, schön. Schön galt hier. Tschüss, ey. So. Ja, nice. Nö, 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 nö. Scheiße. Warum ist denn auch keiner bei der Fracht? Wo sind denn die ganzen Leute hin? Ich bin der Einzelne, der immer an der Fracht jetzt hier war. Die ganze Zeit. Und so schlecht war ich nicht mal dafür, dass ich May noch nie gespielt habe. Wirklich noch nie. Klar, irgendwann mal ein, zwei Mal. Das ist aber schon wieder Jahre her irgendwie. Und tschüss. Hehehehe. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich mach das, damit da halt wirklich keiner durch kann. Ah, jetzt geh ich da mal durch. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Irgendjemand treffig. Oh, immerhin ist sie tot, ey. Oh, ja, Drache. Hehehe. Scheiße. Hehehehe. Nice. Wie geil war das denn? Stirb doch mal. Oh, ja. Das seh ich nicht an, dass ich jetzt hier krepiere. Holy. Nein. Ach, Mann. Scheiße. Eigentlich macht die sogar relativ viel Spaß. Finde ich persönlich. Na, wir schaffen das. Alle zählen auf mich. Die kriegen das hin. Nein. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Nein Tötet sie Geht doch zur Fracht Das ist ein Witz Das ist ein Witz Warum ist das immer so bei Verlängerung Dass sie dann alle auf einmal kommen Vorher nicht Ich verstehe das nicht Ganz ehrlich Ich kapiere das nicht Das macht für mich keinen Sinn Wo bin ich hier Das sieht aus wie Diablo Das ist die Jahwe Guckt euch mal die Fässer an Okay ich muss ja sagen Für Leute die die ganzen Spiele spielen Ist das ja schon nice Nö Nö Das ist ein Witz Das ist ein Witz Nein, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Warum macht die Ha-'- Meine Ha- Kaput. Was ist denn los hier? Wir dürfen nicht zum Thron. No. Geht doch ran da. Scheiße. Alter, was war das denn jetzt gerade? Was passiert da? Was ist da los? Ich muss wieder zurück in den Kampf. Scheiße, haben wir verloren. Ey, das ist so klar, ne? Dass bei einem scheiß Verlängerungskack, dass dann alle angerannt kommen und keiner wieder da ist. Na doch, da waren ja drei Leute oder so. Boah, Yuzi kann ich fucky ficky, ey, Alter. Oh, ja. Vorsorte Heilung, kriegt von mir. Oh, Zielfortschritt-Kills und Zielfortschritt-Zeit habe ich auf Gold. Und eine Lootbox. Ja, Mensch, die können wir doch jetzt dann mal sofort öffnen, aber erst mal verlassen, weil wir sonst, äh, ne? Kommt das nächste gleich hier. Oh, zwei... Was? Ich habe nicht wirklich jetzt Credits bekommen. Ist nicht euer Ernst, ne? Wirklich jetzt? Oh, Mann. Eine Mode. Ja, wenn ich sie mal spielen sollte, ne? Ja, und ein Skin. Ja, gut. Ist scheiße. Ich mag die Lootbox in Overwatch einfach nicht und den hier mag ich am wenigsten. Ne, Junkrat mag ich am wenigsten. Der kommt danach. Gut. Das war eine Folge mit May. Ähm, war eigentlich ganz in Ordnung. Doch. Also, finde ich schade, dass wir das jetzt nicht geholt haben, weil wir waren eigentlich sehr, sehr gut. Und für meine Verhältnisse, dass ich May zum ersten Mal gespielt habe, war es jetzt auch nicht so scheiße. Klar, es gibt ja so die, die Tricks und Tipps und so, aber die kann man nicht jemanden dann sofort von jemandem verlangen, der es zum ersten Mal spielt. Von daher, fuck off. Also, die, die mir Tipps und Tricks geben, das ist was anderes, aber die, die es verlangen, ja, die können mich mal. Gut, dann bis zur nächsten Folge von Overwatch. Die kommt diese Woche noch. Nächste Woche meine ich. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017